Oh Gott, das wird ja weird. Bitte nicht Kasskate. Okay, Command Center. Oh Gott, das wird ja weird. Jetzt nehmen wir das gleiche Angriff, würde ich sagen. Ganz gut. Ich schieße noch den Drachen, aber ich habe den gleich, glaube ich, wieder. Ja. Es macht weniger Damage schon. Mit 2 Damage. Gibt es noch einen Flyer oder? Muss ich das noch aufmachen? Ja, ja, ja. Ja. Boah, nice Hammercoin durchdringen. Oh Gott. Du könntest aber auch den Giga-Chat-Move machen, Max. Sich hier hoch stellen, von da aus den Spinnen der Schrapposchießen und eine Spinne abknallen. Ich höre, wie es ein Jump Tower hinter uns. Ah. Ich weiß nicht, wie es noch so bleibt. Könnte Max haben. Ja, noch. Wir müssen prüfen. Ihr Punktos aus hier. Ich bin hier hinten. Jetzt kommt 5. Wir müssen ja nicht zwingen jetzt campen, wir können einfach mit hier Okay Vielleicht kommt jemand, ich bin mir nicht sicher Vielleicht bin ich einfach stupid, aber ich meinte nur was laufen sie Ich weiß nicht, dass wir im Vorbeirenken oder im Projekt oder so Ich glaub... Nee, dann ist schon jemand Oh Gott Na ja, besser wenn man sagt Besser wenn man sagt Besser wenn man sagt Ja Wenn wir noch nicht 2 Bats per Crash Ich kann keine aufheben Ich hab 4 Er braucht 4 Blauer Rucksack ist stark Er braucht einen Okay Da oben kämpfen sie Ich würde aber sagen wir gehen einfach hier hin Dann marschieren wir da hoch zum Command Center Wir sind jetzt eben bloß noch 7 Gegner-Teams Weiß Du bist clean Sie sind wir zum Jump Tower Ja Wir fliegen wahrscheinlich dann, wo wir jetzt gerade hinbekommen Ja ja Das ist hier aber kein Strahl Ich komme noch gar nicht mehr drüber Ich komme noch gar nicht mehr drüber Wahrneweise Ja, sie kommen Aber die Lampen da hinten Ja, so ist Die müssen aber hier herlaufen Oh das geht gar nicht, das geht zu Cascade Falls Okay Es endet hier irgendwo Okay Es endet hier irgendwo Okay Oh ja Der wird schmutz da weg Hey, kann das sein, dass die da vielleicht resten wollen? Gleich zusammen drücken Nein, das geht nicht Komm, die schnappen mal weg wenn sie kommen Da oben, da kommt Teammut ins Leid Ja 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 Wir sind voll im Sandwich Ja 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 Ich habe hier bloß einen gesehen, ne da kommt der nächste Stimmung nach Der dritte man kommt Ja, der kommt hierher Ich bin mit 4 und 4 vorne Ich bin mit 4 vorne Ja, ich gehe jetzt nach oben Ich bin mit 4 Ich bin mit 4 Ja, ich bin mit 4 irgendwo Ja, ich weiß ihn hier, ich weiß ihn hier Auf meinen Ping Ich bin mit 4 Ich bin mit 4 Hab ihn voll gewonnen gelegt, hab ihn voll gewonnen gelegt Der andere kommt von unserem Stall Ja, ja ja, ja Gewohnt euch Guck von anderen Seite rein Guck von anderen Seite rein Nonne, ich bin der jacket Hab ihn, hab ihn Hab ihn Hinter mir, hinter mir Hinter mir Hier, hier 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 Ach, gschuss Wir haben sich das geschafft hier John, du musst mich hätten Der ist jetzt hier wieder? Auf einen Live-Ping, Live-Ping, Live-Ping! Krieg den hin, der will mich jetzt bestimmt. Das sind zwei Teams, wenn ich seine Bank untersagen. Ich bin durch ein Portal, ich hab's frei. Jungs, die Zone, ich muss durchwenden. Ja, ich mach' ich hab' die Chits. Ja, die denken natürlich, dass ich ein Cheater bin, wenn die jetzt mein Level sehen, so wie ich einen Typ gewonklippt hab. Vielleicht shoppen wir das auch. Ich auch nicht. Ich hab' den Ge-Chilt mehr. Ich hab' den Ge-Chilt mehr. Ich hab' den Ge-Chilt mehr, wenn ich boxe, ich dich gleich nach dem, äh, Wett-Pit. Sollte er schaffen. Schafft er auch. Ich hab' den Ge-Chilt mehr, ich hab' den Ge-Chilt mehr. Das ist jetzt durchschneide ohne, bis ich die Cheat noch überlebt. Ja. Ich hab' den Ge-Chilt mehr, ich hab' den Ge-Chilt mehr. Ich hab' den Ge-Chilt mehr. Ich hab' vier. Ich hab' den Ge-Chilt mehr. Ich hab' einen Ballon, wir können auch nachhoch fliegen. Ich hab' den Ge-Chilt mehr. 45 secondes, bring him far. Der Typ, den ich gekühlt habe, ist Last MNK-Player, und ich wieder wurde so gewonkelt von dem MNK-Player. Ich würde sagen, wir gucken einfach nach hinten. Ja, hinten bei uns ist er. Der kommt gleich, weil Zoli kommt. Ja, ja, Zoli kommt. Das ist ein ganze Squad. Nee, kann nicht sein, das ist eine Red. 3x6. Das sind 13 Leute. Ich glaube, das sind ja schon den Stein oben und zu oben. Ja, das war bitte auch genau. Ja, muss kommen. Ich hab nichts anderes übrig. Da ist er, ich hab nichts vorbeigeschopft. Ja, ich hab nichts vorbeigeschopft. Wie schön. Ja, da ist er. Lass mich los! Wir haben so einen Fettbewerb. Okay, äh... Ich brauche für uns eigentlich. Ja, ja, wir sind halt. Ich kippe noch nicht weiter. Ja, ja, ja. Das ist... Die kommen. Die machen eine Sibi. Ich habe heute die. Okay. Ja. Äh, die warten bisher einen Headshotten. Die dürfen hier nicht peken eigentlich. Ja, ja, ja. Die dürfen hier nicht peken eigentlich. Die dürfen hier nicht peken eigentlich. Ja, ja, ja. Die dürfen hier nicht peken eigentlich. Ja, ja, ja. Die haben da auch ihre Schilde aufgebaut. Wir könnten das hier unten spielen. An der Kante. Ja. Ich glaube mal, ich würde die dann dann auch. Ja. Smoke die. Du kannst dich erstmal smoken. Die Hülle können ja... Du könnt ja noch machen. Jetzt kämpfen sie. Ich gehe jetzt in die Kante und die sind abgelenkt. Okay. Ja, ja, ja. Ich kann eigentlich so viel schieben. Nur noch ein Team. Nur noch ein Team. Ja, hier ist der Bid. Bitte diese Bid. Ja, das ist der. Eine One-Shot. Hab ein, hab ein, hab ein. Der greift sich, der greift sich. Alles ist hier, alles ist hier. Pusht es. Pusht es, zieht durch. Ich bin da. Tschüss. Tschüss.